Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn wir unseren Kunden eine Waffe verkaufen, raten wir ihnen, in einem Schießstand zu üben. Eine Waffe zu tragen, ist ein fester Bestandteil der texanischen Mentalität. Nicht nur zum Jagen oder als Sammlerstück, sondern auch zum eigenen Schutz. Anders als in anderen Gebieten der Vereinigten Staaten gründet die Entstehung von Texas auf Feuerwaffen. Im 19. Jahrhundert erkämpfen sich die ersten Siedler ihrer Unabhängigkeit gegen das mächtige Mexiko mit Handfeuerwaffen. Mit diesen Waffen beschützen sie von nun an ihre Grenzen, massakrieren aber auch die indigene Bevölkerung. Texas war ein ländlicher Bundesstaat. Man war entweder Farmer oder Viehzüchter. Die Kinder lernten schon früh mit Waffen umzugehen. Ihre Eltern und Großeltern hatten das über Generationen hinweg getan. Es ist in Texanern in Fleisch und Blut übergegangen. Der Besitz einer Waffe ist das unabdingbare Recht eines jeden Amerikaners. Es wurde durch die zweite Verfassungsänderung im Jahr 1791 garantiert. In Texas gehören Waffen zur Identität der Bewohner, obwohl es regelmäßig dramatische Schießereien gibt. In den weiten Ebenen von Gonzales County gibt es zahlreiche Ranches, wo Texas-Longhorn-Rinder friedlich weiden. In diesem feuchten und mückengeplagten Gebiet finden sich noch heute Spuren einer Schlacht, die sich vor knapp 200 Jahren zugetragen hat. Das ist eine kleine Bleikugel. Ich sage klein, weil sie kleiner ist als die Kugel einer Muskete, die damals von der mexikanischen Armee verwendet wurde. Das muss eine Gewehrkugel sein. Sie ist sehr verrostet. Sie liegt also schon sehr lange hier. Seit 1836. 1836 schlagen die texanischen Kolonisten die mexikanischen Soldaten in die Flucht und gewinnen nach fünf Monaten erbitterter Kämpfe die Unabhängigkeit. Doch die Spannungen haben schon lange zuvor begonnen, in einer Zeit, als Mexikaner und Texaner noch zusammenlebten. Im Jahr 1831 schreibt Green DeWitt, der Gründer der Stadt Gonzales, an die mexikanischen Behörden von San Antonio und fordert eine Kanone an, um sich vor den Indianern zu schützen. Er erhält die Antwort, ja, in Ordnung, wir leihen sie euch. Aber ein Teil des Deals ist ganz klar festgelegt und lautet, wenn wir die Kanone zurückfordern, müsst ihr sie uns wiedergeben. Als die Mexikaner die Kanone vier Jahre später zurückfordern, weigern sich die texanischen Siedler und prompt folgt der Gegenschlag. Sie haben Truppen nach Gonzales geschickt. Diese Schlacht wird als der Beginn der texanischen Revolution angesehen. Eines der bekanntesten Details dieser Schlacht ist die Fahne. Es heißt, dass die Witwe von DeWitt oder vielleicht seine Tochter ihr Hochzeitskleid zerschnitten und daraus eine Fahne genäht hat, auf der stand, come and get it. Also, komm und hol sie dir. Mit anderen Worten, wenn ihr die Kanone wollt, dann müsst ihr sie euch holen. Nach meinem Kenntnisstand weiß man nicht, was aus dieser Originalfahne geworden ist. Die Gedenkstätte der Stadt Gonzales ist der Unabhängigkeit von Texas gewidmet. Das Museum dokumentiert diese berühmte Episode und beherbergt die besagte Kanone, das Streitobjekt, um das sich einst alles drehte. Die Fahne wird heute zweckentfremdet und für ein ultrarechtes und waffenaffines Amerika hochgehalten. Vor allem in Texas, aber auch anderswo in den Vereinigten Staaten, sind die Fahne und der Slogan, komm und hol sie dir, zum Wahrzeichen bestimmter, meist konservativer Gruppen geworden. Es ist ihre Art zu sagen, es ist mein Recht, ich bin frei, insbesondere bezogen auf ihre Waffen. Mit dieser Devise sagen sie, willst du meine Waffe, dann komm und hol sie dir. Genau auf dieselbe Weise, wie die Texaner einst den Mexikanern mit ihrer Kanone die Stirn geboten haben. Nachdem Texas 1836 die Unabhängigkeit erlangt, ist die junge Republik sehr verletzlich gegenüber den kontinuierlichen Bedrohungen durch die Indianer und die Mexikaner. Um sein Territorium zu verteidigen, wendet sich das Land an eine Eliteeinheit, die Texas Rangers. In Waco, am Brazos River, auf halbem Weg zwischen Austin und Dallas, befindet sich das historische Hauptquartier dieser Söldner. Die Hall of Fame glorifiziert das Helden-Epos der Ranger. Und deren Schicksal ist mit einem ebenso großen Feuerwaffen-Mythos verbunden, den Revolvern des Erfinders und Industriellen Samuel Colt. Es ist unmöglich, über Sam Colt zu sprechen, ohne die Texas Rangers zu erwähnen. Ohne sie wäre nicht das rentable Waffenbusiness entstanden, wie wir es heute kennen. Es gibt aber auch keinen Zweifel daran, dass die Expertise von Sam Colt dazu beigetragen hat, dass die Texas Rangers eine der besten Staatspolizeibehörden des Landes geworden sind. Und ohne sie wiederum wäre sein Name nicht in die Geschichte eingegangen. Im Jahr 1844 entkommen 14 Texas Rangers mithilfe des von Colt produzierten Patterson-Revolvers einem Hinterhalt von 80 Comanschen. Die Überlegenheit dieses Revolvers ist eindeutig. Dennoch steckt der Unternehmer nur kommerzielle Niederlagen ein. Erst 1846, als Texas endgültig ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten wird, um gegen die Mexikaner geschützt zu sein, gelangt Colt doch noch zum Erfolg. Und zwar durch den 29-jährigen Offizier Walker, der die Texas Rangers befehligt. Walker hat Sam Colt getroffen und ihm gesagt, welche Verbesserungen er sich an der Waffe wünschte. Leider war Sam Colt zu diesem Zeitpunkt pleite. Er hatte kein Geld. Sein Business war verschwunden. Er schaffte es aber trotzdem, eine Vereinbarung mit dem Fabrikanten Eli Whitney zu treffen, um perfektionierte Modelle zu produzieren. Sam Walker konnte gleichzeitig einen Vertrag mit der Armee über 1000 Exemplare dieses berühmten Revolvers aushandeln. Es war der erste Vertrag, den Colt jemals hatte. Diese zwei Revolver sind seltene Exemplare. Sie wurden in einer Auflage von weniger als 1000 hergestellt. Soweit ich weiß, gibt es weltweit nur noch 100 davon. Das Revolutionäre an Colts Revolver war, dass sich der Zylinder automatisch drehte, wenn man die Patronenkammer loot. Samuel Walker und Sam Colt schufen danach gemeinsam das Modell 1847, das gemeinhin als Colt Walker bekannt ist. Colt ließ eine Zeichnung eingravieren. Das war seine Art, den Texas Rangers dafür zu danken, was sie für ihn getan hatten. Diese Modelle sieht man auch in europäischen Museen. Sie sind nur der Anfang eines langen Prozesses technischer Perfektionierung. In Houston brüstet sich das Geschäft von Mike Clark damit, Einzelstücke anzubieten, von denen einige bis zu 300.000 Dollar kosten. Sein Business basiert jedoch zu 90 Prozent auf dem Verkauf moderner Waffen. In den Reihen finden sich mehr als 10.000 Modelle. Wir haben eine riesige Auswahl. Wir haben moderne Waffen, antike Waffen, historische Waffen. Es gibt alles, was sie wollen. Und noch dazu haben wir Tausende davon. Die meisten Leute trauen ihren Augen nicht, wenn sie hier reinkommen. In Europa oder anderswo auf der Welt sind die Gesetze und Verbote so streng, dass man sowieso nirgends eine Waffe kaufen kann. Mike ist besessen von Kunst, Streit und Kriegswaffen und zählt zu den größten Sammlern der Welt. Als leidenschaftlicher Sammler verkaufe ich höchst selten eine meiner Waffen, weil ich zu sehr an ihnen hänge. Es würde mir das Herz brechen, mich von meinen alten Pistolen zu trennen. Leider hat die Kriminalität in Amerika so stark zugenommen, dass die Menschen sich gezwungen fühlen, sich selbst zu verteidigen. Wenn man die Polizei ruft, weiß man zwar, dass sie nicht lange braucht, aber man will nicht warten, sondern sich auf der Stelle verteidigen. Diese Überlegung hat überall in den Vereinigten Staaten zur wachsenden Verbreitung von Waffen geführt. Amerika wird permanent von dramatischen Massenschießereien erschüttert. In Austin, der Hauptstadt des Bundesstaates, wird am Turm der Texas University an das erste Blutbad in der Geschichte von Texas erinnert. Im Jahr 1966 stieg ein Schütze mit einem Gewehr und mehreren anderen Waffen auf den Turm, der damals noch öffentlich zugänglich war. Er schoss auf alles, was sich bewegte. 14 Menschen wurden getötet, darunter auch ein ungeborenes Kind. Diese Tragödie gilt als erste große Massenschießerei an einer Schule oder Universität in den Vereinigten Staaten. Das war natürlich ein Schock für den Campus, aber auch für den Bundesstaat und das ganze Land. Es stand auf allen Titelseiten. Wer hätte sich damals vorstellen können, dass so etwas alltäglich wird? Wir sind jetzt bei 600 Massenschießereien pro Jahr. Das heißt, im Durchschnitt ein bis zwei pro Tag auf amerikanischem Boden. Die Tödlichsten ereignen sich in Texas. Am 24. Mai 2022 bewegt der Amoklauf an der Schule von Uvalde in Texas die ganze Welt. 21 Menschen sterben. Drei Tage später hält die mächtige Waffenlobby NRA in Houston ihren alljährlichen Kongress ab. In der ganzen Stadt kommt es zu Demonstrationen. Das Ereignis wird zum Skandal, aber nichts ändert sich. Leider bewirken diese Ereignisse noch lockerere Gesetze. Man denkt über die Bewaffnung von Lehrern nach, statt über restriktivere Reformen, die zum Beispiel verhindern würden, dass ein 18-Jähriger ein Sturmgewehr besitzt oder dass jeder eine Waffe mit sich herumtragen kann, ohne dass seine Polizeiakte überprüft wurde. Texanische Politiker und alle Verantwortlichen sollten eine offene und ehrliche Debatte darüber führen, was die Texaner wirklich wollen. 19 amerikanische Bundesstaaten haben bereits das Red Flag Gesetz verabschiedet. Es erlaubt lokalen Polizeibehörden, die Waffen von Personen zu konfiszieren, die von einem Richter als Gefahr für sich oder andere eingestuft wurden. Texas weigert sich nach wie vor, im Namen der Freiheit, die über allem steht.